ARD Text im Auftrag von Funk Moment mal, Mark, komm mal her. Du hast doch von hier gerade auf die Wand geschossen. Was denn? Ah nein! F! Mann, du gehst bei mir auch immer wieder weg. Was macht ihr? Ich bin über die Tür. Ich bin auf Glas und haut sich da selber runter. Ah, herrlich. Hier sind zu viele Menschen. Wir kommen hier eigentlich wieder runter, ohne zu verrecken. Ah, sterben. Hier in der Mitte kannst du runter. Ja, da krieg ich aber noch Schaden. Nein! Schaden. Schaden. Oh, ich bin im Schwimmbad. Ich hab mal ne Frage, wo kriegt man ne Waffe her? Auf der Mäbär. Auf der Mäbär. Was ist das? Gut, aber ich hab auch drauf schießen müssen. Die Map ist mal voll für den Arsch. Ihr habt die gewählt. Ja, echt mal. Ihr habt die gar nicht gewählt. André hat die gewählt. Also ich bin mir doch keiner schuldbewusst. Oh nein. Keine Sorgen. Keine Sorgen. André. Wo bist du? Ich weiß. Hallo Stefan. Hä? Ich bringe Technik im Chat. Ich bringe Technik im Chat. Ich bringe. Ich bringe. Oh ja, die haben ne P90. Ich bringe. Ich bringe. Hab ich den getroffen, auf den ich gerade versehen nicht geschossen habe? Oh! Oh! Das ist nicht... Du bist du Vollidiot! Ich hab nur noch LVP. Ich hab nur noch LVP. Ich hab nur noch LVP. Sorry, Achtung. Da ist noch einen. Oh! Da ist ja noch einen. Ich geb Stefan 8. Du bist so ein Vollidiot. Ich hab nur noch LVP. Ich hab nur noch LVP. Ich geb 49 Prozent. Ähm. LVP. André. André. Dreh um. Dreh um. Detective Blatt ist doch... Ich glaub, Johannes ist nicht confirm. Wer wär sonst total so ein Team. Ich will hier einfach nur weg. Und da ist noch einer. Lass mich hier... Du... André wird mich ganz bestimmt nicht töten. Hier zwischen den Schulen. Du isst! Der macht... Bestimmt kein Columbine-Massaker. Gibt's jetzt einen Columbine-Massaker? Die Tür ist ja nicht so... Nein! Du musst draußen bleiben. Na gut. Hallo, Johannes. Tschüte. Warum vertraue ich dir? Du stehst da so... Du stehst echt so richtig wie so... Äh, du... Ich wette, der ist im Tretter-Menü. Nein! Soll ich wirklich? Soll ich wirklich? Ich sag's dir! Du... Nein! Aus! Ich hab nichts getan! Philipp, warum bist du badly wounded? Ja, äh, erklär ich euch gerne. Wollen wir ihn immer noch töten? Ja, erklär uns dann gerne. Ich bin aus Versehen, dass Loch wieder zurück runtergefallen hat. Ich hab dabei den Schaden gesagt. Äh! Ich bin Detective Blatt! Wenn... Wenn Robin meint, ich werde... Deswegen schuldig, lass ich mich von Robin abschießen. Hey, Stefan! Stimmt! Oder? Hä? Du, jetzt kannst du bei dem auf den Sack gehen. Äh, Johannes, was ist still passiert? So, warum bist du kaputt? Du, jetzt hat mich abgeknallt. Hab ich gerade erklärt, weil ich gerade noch... Okay, nein. Ich hätte gesagt, er hat mir ne Dinges in die Fresse geschossen. Äh, äh, oder so'n Fass. Äh, warum schieße ich aufs Fass, wenn ich eh kaum Money hab? Äh. Das ist klar, wenn ich eh kleine Pellone rein, das weiß ich jetzt. Gott, hier sind so viele nebeneinander, das ist gefährlich. Ich bleib hier nicht. Ich bleib, dreh dich um. Komm, vergiss doch dieses... Spektakel, was hier passiert. Lass uns einfach durchbrennen, Robin. Oh nein! Hiiii! Hiiii! Ich bin weiter im Kreis gelaufen und hab hier runtergefallen. Hiiii! Hey, was war das? Äh... Äh, Disco. Was ist hier los? Äh... Hey! Hey! Der hat mich angeschossen auf einmal. Mir juckt's schon wieder du. Alle! Ach, wieso immer bei mir? Da hinten ist jemand umgefallen. Hey, wo ist jemand umgefallen? André wird mich hier auf'n Dach... Da, guck mal da, wo ich hingucke. Äh... Wo ist das? Hey, wo ist das? Ich tippe... Ich tippe... Ich tippe auf Johannes. Das ist wahrscheinlich Louis, weil der hat mit... Warte... Äh... Johannes ist... Johannes ist so, der war Traitor. Louis hat den weggemacht. Und ich sag mal Louis, wenn das noch durierend was gestorben sei. André! Die Leiche kriegt weg! André! Biete dich an! Man, das ist ja kein Nazi! Oh... Nein, Meister! Warte mal, hat sich die Leiche gerade noch bewegt. Wie kann ich nochmal Graffiti machen? Ja, Scheiße... Oh Mann, meinte ich dich drinnen. Äh... Ey, Michl liegt wieder! Michl! Das ist nicht wahr! Krass! Dann red doch nett, du Komiker! So, ich hab Michl nochmal weggemacht. Ah, wer ist denn? Na wirklich? Ich bin bei Wayproven damit. Möchte ich mal anmerken. So, hier ist Louis, der gerade... Ach... Vielleicht... Okay... Vielleicht bist du einfach ne Taktik. Hallo, zeig durch, wenn du tot bist. Oder lebst du noch? Nein, Michl ist... Boah, Eika! Du kriegst auch nichts mit, ey! Ich hab's mitbekommen, aber er lacht wie ein... Dreckiger Fisch. Bisschen hab ich gefragt. Aber was... Was ist Seife? Genau, was ist Seife? Robin, wo bist du? Bei Jens auf... Da... Nein, der drüben aufm Dach! Das ist der Schafensohn! Jetzt nimmer! Äh... Scheiße, das hat mich für ein VP gekostet. Ja, Robin, hier ist nämlich die Leiche von... Ähm... Ich schieße wieder, obwohl ich kaum Muni hab. Ja, geh, geh, geh! Christa! Ja, André rennt! André rennt hinter mir! Hehehehe! Er ist weg! Nö! Warte, ich mach sogar Tür zu! Extra! Äh... Ich spiel TTT! Ich spiel... Ich spiel Johannes! Ich will YouTube-Videos machen! Hahahaha! Komm, lass uns eine Liga! Ey, Stefan schießt auf euch! Ey, ich werd schossen! Ja, ich schieße auf euch! Warte! Ich mach extra... Ja, André hat glaub ich... Ja, André hat glaub ich gerade auf mich geschossen! Stefan, was tust du hier? Warum schießt du? Ich hab hier die zwei Scheiben kaputt... Da hab ich direkt die zwei gesehen hab und auf die Scheiben geschossen hab! Ja, aber das sind Menschen drin, du hättest die hier erschießen können! André! Ich hab doch gesagt! André! André! Nein! Ohhhh! André, du hättest doch ein bisschen früher was machen können! Ich hab bei André schon schon ein komisches Gefühl gehabt, aber... Es ist halt nur ein Gefühl! Ich hab der LVP durch Fluehist, der mich mit dem Fass da runtergeschossen hat! Sie hat mich vom Ende zu töten! Aber mich! Aber das war vorhin das Gleiche bei dir! Warum hast du mich nicht gekillt? Ich hab, ich hab weiß ich... Johannes, du lebt mich wieder und schießt... Kommt da an der Schießerei mit dir! Ich bin nicht dazwischen gegangen! Ich hatte Angst, dich zu töten! Ich konnte nicht überherspringen! Ich wollte einfach nicht! Aber André, warum hast du mich nicht gekillt? Du hättest locker die Möglichkeit dazu gehabt! Wollte einfach nicht! Die Kugeln sind es nicht mehr! Aber Louis, die Kugeln sind es nicht mehr! Aber Louis, die Kugeln sind es nicht mehr! Aber Louis, die Kugeln sind es nicht mehr! Ich bin die Tektor! Ich hatte keine Chance! Louis, gestorben durch eine Kugeln! Ja, ich bin da wiederbelebt worden und hab ihn sofort auf ihn eingebrudelt! Louis ist ein Mensch! Was soll ich machen? Ich hatte Elphab, ich musste mal was machen! Weil André auch nichts aufgeweist! Ich hab einfach nur gehofft, dass Michael einfach Robin Hülsch sitzt, weil ich konnte das nicht! Ihr solltet das so machen! Ey, gehen wir jetzt an! Ich häng' hier drin! Oh, der! Oh, der! Johannes ist ein Mensch! Was? Sag ich mal meinen Dinger drüber ausbreiten? Ja! Ja, Mann! Nimm Louis noch auf! Ja! Dann sollte er diesen Ort hier vielleicht meiden! Was ist denn los? Hey! Ich bin Pennywise! Der tanzt ne Clown! Was ist denn? Was ist hier grad los, alter Mann? Bleib da drin, Johannes! Ich komm' hier gar nicht mehr raus! Ja! Bleib da drin! Ach, nein! Warte, 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 warte! Oh, Gaaaaaas! Pass auf Johannes noch! Wenn Johannes irgendwas falsch macht, töd dich hier! Soll ich irgendwas Falkes machen? Ey! Louis! Komm mal hier rüber! Du nimmst doch auf, oder? Ja! Na du, du bist aber schuldig! Warte! Jeder, der Johannes da raus holt, ist Traitor! Na du, du bist aber schuldig! Hä? Was hat das damit? Äh! Äh! Das war jetzt ein bisschen übertrieben! Ey! Louis! Ey, Louis! Das ist Louis! Hätte das gar nicht mehr sagen dürfen! Danke! Okay! Ich prove ne Mal! Wenn er von der Shotgun getroffen wurde, war ich das! Ja, also ihn hat eine Shotgun gecapped! Ja, das war ich! Ich stand hier direkt neben André und auf den Getroffenen! Ey, Louis! Jetzt geh mal mit der Kamera hier so einen, äh, einen Schulter! Nito hast du! Fuck! Ich bin also Proven! Hallo! Ich bin Kenny White! Der getastete Clown! Und du? Das ist Chris! Jetzt kennst du uns! Also, ich bin Proven! Ich hab mit auf Louis geschossen! Ja! Nito! Würde ich auch sagen! Hi! Wollt ihr mit runterkommen? Ich hab ganz viele Spielzeuge! Nur, ich hab euch scheiße verhamet! Ich hab auch Ballons hier unten! Kannst du fliegen! Der schießt da! Außerdem bin ich so oder so seit 20, über 20 Runden nicht mehr Traitor gewesen! Also! Ey, wie heißt jetzt der... Ah da, Hauptjob! Wow! Da war noch einer! Hallo! Hallo! Ja! Hallo! Hallo! Ich bin's Pennywise! Der tanzende Clown! Hi! Hi! Ich weiß, ich bin der Huda! Kannst du mal mal anhalten? Was hast du gesagt? Darf ich mit runter? André? Wer liegt da? Stefan! Ah Stefan! Oh, da wurde noch jemand weggesprengt! Hab ich gerade gehört! Ähm... Ja! Ich hab mal ne Runde überlegt! Du kannst doch nicht Pennywise den tanzenden und freundlichen Clown töten! Aber... Sorry, Louis, das war ne ziemliche Salzreaktion in dem Moment! Das war eine ziemliche Salzreaktion in dem Moment! Ist das du, Robin? Hä? Oh, Robin, ja, lutsch weiter! Wobei, ich hab aber auch, Louis, ich hab deinen Namen geschrieben, bevor ich überhaupt gesehen hab, dass du mich angeschossen hast! Ich spawne in meinem Zuhause! Oh Gott! Mal einen Pennywise-Lache raussuchen, dann passt auf! I need a rifle! Äh, Robin läuft gegen die... Robin, was ist groß mit? Was ist das? Will weg! Was ist da? Mach mich aufm Acker! Komm, tschüss! Hey! Willst du keine Ballons haben, Jens? Äh, nein! Warum denn nicht? Oh, ja! Ich bin der tanzende Clown! Ich bin der freundliche und tanzende Clown! Du hast ja nur zu 100%! Ich sag, Johannes ist es, ey! Findert nicht! Nee, sag's, es ist... Dass du's aber bist! Oh, nein! Hallo! Alter, jetzt halt über die Fresse! Wieso, er lebt? Er darf leben! Ja, aber der geht mir gar nicht auf den Sack mit seinem ungehäuerte Dach! Awww! Mi, 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 mi! Jens ist Traitor! Jens? Jens! Haha, ich hab dich gesehen! Willst du keine Ballons? Äh, ich glaub, da ist grad irgendjemand an der Oberfläche geschlossen worden! Wait! Hä? Weil ich hab grad ein Schrein gehört! Haha! Ja! 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 Ja, aber wo an der Oberfläche? Ja, aber weißt du nicht! Ihr könnt grad runtergehen da! Ich hab, weil... Ich hab nämlich nur so'n Fenster, äh, Dings gehört! So'n Fenster kaputt gehen! Chris, mit dir schon keine Ballons? Ich mein, ich hab... Ich mein, ich hab irgendein Schrein gehört! Warte mal! Geh mal einfach mal die Liste durch! Chris? Ja! 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 Okay! Das war grad die dümmste Frage, die du seit lange gestellt hast! Ähm, Chris! Hi! Warte mal! Chris, sag mal kurz ruhig! Chris, bist du am Leben? Oh, Junge! Hi! Wenn ich auf dem Saft bin! Chris! Hi! Willst du Sichtigkeiten? Ihr seid irgendwie grad mädt! Äh, Philipp? Ja! Okay! Äh, Mensch! Wo ich geholztert bin! Julius, lebst du noch? Hey, warum? Wie geht der Lüftungsschacht auf? Der möchte von mir! Ah! Ehh! Indem du ihn öffnest! Warte mal, Jens! Warte mal, warum hast du denn ne Diegel oder sowas in der Hand? Jens! Oh! Ich kann auch mal die Waffe wieder in die Hand nehmen! Oh! Stefan! Warum bist du fast tot? Stefan? André! Stefan! Ist der wieder geniutet? Moment! Ich war nur geniutet! Stefan! Ich kann euch sagen, warum ich tot bin! Ich glaub, ich glaub nicht dumm ist, dass der hat eben die ganze Zeit nur die Fäcke in der Hand gehabt! Okay, ich kann wieder auf meine Pistole wenden! André! Hä? Okay, soll ich zehn Schüsse in die Luft machen und die Pistole wegschmeißen? Hier ist Blut! Das heißt ja nicht, dass du noch ne zweite hast! Ja! Ey, guck mal! Jan, ich hab die Pistole! Ich hab die Jusen! Ja, also nein, so kein Tod ist es mir, ist egal! Ja, dann behaupte nicht! Ey! Ich hab auch nur gesagt, ich trau dir nicht! Geh da weg! Geh da weg! Aber ich trau dir generell keinen! Ah, Johannes ist das ein... Ich trau vor allem Luis, der greift mich gleich eh hinterher! Ich seh schon, wie Stefan sich gleich selber mit den Fässern umbringt! Ja, Luis, ne! Ich such grad eins, wo es geht! Wollen wir erst noch auf den Dach? Hallo! Das ist Jens! Oh! Nein! Alter, okay! Wie, wie hab ich das überlebt? Wie viele AP hast du noch? Kannst du da runter? Da kann man gar nicht runterfallen! 4! Ähm, Robin! Oh! Alter! Wohin will ich denn? Hier geht sogar noch drunter! Ähm, sorry Robin, das war jetzt natürlich Bullshit! Ey! Hey! Ich mach mal so! Alter! Anschlag! Terroranschlag! Ja? Wer hat denn auf dich den Anschlag verübt? Oder war für mich eben der? Da brennt's halt! Wo ist Luis? Ist der ganz verreckt? Wir hören denn auf jeden Fall? Wir hören denn noch! Wir hören denn noch! Wir hören denn noch! Ey, wie soll ich denn auch mich selbst einen Terroranschlag gemacht haben? Ja, aber das mit Luis meinte wahrscheinlich! Terroranschlag? Was soll der Terroranschlag sein? Nein! Der war doch eben! Luis! Rede! Ja, okay! Ja! Der musste ja reden! Der musste reden! Weil ich ihn jetzt gerade gesehen habe! Achso! Okay! Wollte grad sagen! Der war doch eben noch hinter mir! Der war doch eben noch hinter mir! Alter! Ja! Ach, Jens! Noch Mark! Ach, Hallo! Okay, ne, da geht's nicht lang! Och, Rennsau! Ich dachte gerade, du sagst, es rennt, ne? Ich glaub, Mark ist es! Wer hat eigentlich meinen Robin getötet? War hier nicht meine Brut? Robin ist tot! Wait, da muss es aber Stefan gewesen sein! Ich hab einfach beim Detective, da bin ich! Ich hab Stefan eigentlich noch! Oh, wir raten mal bei dem Sinn! Du darfst mich vom Detective töten, wenn er glaubt, ich bin! Oh, ich hab da! Puh! Puh! Sohle! Warum sind jetzt so viele leise? Ha? André! André! Was hast du in der Hand? Was hast du in der Hand? Was hast du in der Hand? Pack dir meine Taugen weg! André! André, bleib mal kurz stehen! Leid mal kurz! André, bleib mal kurz stehen! Okay, okay! Ich weiß. Ach, hier ist die Brücke! Warte mal, warte mal! Nein, nein, nein! Alter, was macht ihr denn für verrückte Dinge? Ach ja wohl, hier kann man ja auch die Brücken kaputt machen. Da ist drum grad verreckt. Da ist drum verreckt. Okay, Louis ist auch verreckt. Okay. Ich hab Louis grad gesehen. Sehen wir uns gesteuert? In dem einen. Hallo? Hallo? Ist noch jemand? Ja. Hä? Wer ist denn noch da? Hallo, Echo! Ne, ich hab keinen mehr. Okay, Robin ist der einzige Konfirm. Oh, er hat mich wieder kiff. Ach, grillst du dir jetzt auch noch? Ja, natürlich. Ist doch Johannes, ist es. Der lebt noch. Ja, natürlich lebt er. Hä? Bist du nicht, bist du nicht grad vor mir? Ne, das war irgendwer anders. Guck mal, guck mal zu mir. Warte mal, guck mal, wer ist. Warte mal, guck mal zu mir. Warte mal, guck mal zu mir. Warte. Hallo, der ist verreckt. Hallo? Aber wer ist denn hier eigentlich ver... Okay, André. Wer ist jetzt verreckt? Ich dachte, das wäre Louis gewesen. Ja, da ist grad einer von mir langgeflogen. Ich dachte, das wäre Louis gewesen. Wo ist die Leiche hin? Von Louis lebt doch. Das hat er ja auch gesagt. Hä? Wo ist Marc's Leiche hin? 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 Da ist mir scheißegal. Hier ist Dom, der wurde durch irgendeine Explosion weggemacht. Ja, das hab ich gehört. Irgendwie hinter mir. Ich sag, das war Johannes. Aber wie sah's aus, ähm, als du mich verreckt gesehen hast? Johannes? Du bist halt einfach hin... Du bist umgefallen. Ja, ich weiß. Ich war das von der Grosch, äh, von dem Giftschuss. Da. Giftschuss? Ja. Dann ist es Johannes. Okay, jetzt ist der Verdacht. Wow. Das war ja ernst jetzt. Das war schon vorher, Mann. Ironische Theorie. Ja. Ach, Feuer, 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 Feuer! Au, weiß! 28 AP. Wow. 28? 28? 28? 28? 28? Ich hab vier! Ist das nicht ein Traitor oder nicht? Nein! Freundliche Theorie sagt ja. Das heißt, das ist jetzt verlockend. Wo ist eigentlich der Dön? Das ist geheim. Das ist sowas von geheim, ey. Mit meinem scheiß 4 HP. Wenn ich mich hier schön... Ja, 4. Oh, das ist doch noch mehr. Durch diese Explosion, sag ich doch, dass es der ist. Wow. 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 Ernsthaft, Jens? Was soll ich denn machen, Mann? Ich hab's verkackt. Ich weiß. Marc? Mach voll drauf. Hab ich ihn erwischt? Und ich steh wieder neben dir. Das ist 4 HP. Das muss doch irgendwie machbar sein. Lebt Johannes noch? Ich glaube nicht. Ich glaube ja. Aber du! Wo bist du? Ne, kannst du dir schenken, als ich dir das sah. Ich hab halt nicht viel Zeit. Wie viel denn? Mehr als die Hälfte. Ach, der hockt wahrscheinlich sonst wo, aber nicht da, wo ich suche. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Wann? Na ihr so dämlich lacht, hab ich keine Ahnung. Das ist auch besser so. Glaub mir. Ich... Ich... Ich war in diesem... Du warst... Du warst im falschen Raum. Du warst in einem Raum weit darüber hätt's müssen. Nein. Guck mal jetzt. Die zweite links. Die zweite links. Die noch zu ist links. Die blaue Tür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.